Willkommen in Münchner Tierheim. Wir wollen euch heute den Beko vorstellen. Beko ist heute seit genau einem Jahr im Tierheim. Das hat den Grund, dass er beschlagnahmt worden ist vor einem Jahr, weil die Behörden ihn als Kategorie 1 Hund eingestuft haben und die Haltung von Kategorie 1 Hunden in Bayern leider verboten ist. Und es hat fast acht Monate gedauert, bis die Behörden ihn zur Vermittlung freigegeben haben. Deswegen konnten wir erst im Frühjahr anfangen, ein neues Zuhause für ihn zu suchen. Dieses suchen wir außerhalb Bayerns, also in einem Bundesland, wo der Beko erlaubt ist. Und er ist wirklich ein Goldstück von einem Hund. Also der ist gelehrig, er ist brav, leinenführig, gutmütig, zutraulich und total souverän. Also er lässt sich auch nicht auf Prüveleien ein mit anderen Hunden. Wir können den Beko also jedem nur wärmstens ans Herz legen. Besucht ihn von Mittwoch bis Sonntag 13 bis 16 Uhr bei uns im Tierheim. Untertitelung des ZDF, 2020 www.teiler.de Vielen Dank. Vielen Dank.